Und, wie schmeckt dein Federweißer? Perfekt. Besser wie gekauft. Und wie viel kostet eine Flasche? Wie? Ja, wie viel kostet eine Flasche im Supermarkt von Federweißer? 2,50. Und wie viel hast du jetzt? 0 Cent. Ausgegeben. Und wie viel hast du, Federweißer? Ich hätte es einige Liter, den ganzen Spaß.